Hauptmann der Trommelwache, let's go! Uff, uff, vier Papabären, einer schwer gerüstet und zwei Hamsterdams. Wuhu! Was geht ab meine Kartenfreunde? Hier ist wieder Davok Meistert die Karten. Wir spielen weiter Banas of Ruin. Nachdem wir im letzten Part die bewachte Schätze, die schwer bewachtete Vorräte besiegt haben against all odds, haben wir unser Team mit Doppelhase, einmal Hamster, ist noch vollständig am Start und wir können hier unseren Charakter noch leveln, in dem Fall hier den Hasen Korsling und er bekommt auch eine neue passive Fähigkeit, die wir ihm jetzt aussuchen können. Mal schauen, wann immer dieser Charakter Schaden zufügt, wird dieser Schaden verdoppelt, wird am Ende jeder Runde um 1 verringert. Nein, wenn dieser Charakter zu Beginn seiner Runde weniger als 30% hat, erhält er... Ne, ich will nicht so am Limit kämpfen. Wann immer diese Rüstung erhält, erhält er extra Rüstung, das ist super. Wann immer dieser Charakter eine Karte spielt, die Willenskraft kostet, erhält er 10 Vitalität. Das ist auch nicht schlecht. Wann mal nochmal zurück. Ich würde sagen, wir machen das Rüstung. Das Vitalität ist nice, dann könnte ich mich immer wieder voll auf Leben machen, aber ich will lieber mit Rüstung, die kann ich immer nutzen. Ähm, ja. Und hier noch Ausdauer, Willenskraft haben wir way too much. Bewachneter Transport war es, Leute. Am Ende eines brutalen Kampfes liegen die Leichen der Wachen auf der Straße verstreut. Aber sowas von. Am Ende der Straße hörst du laute Rufe. Dieses Gefecht hat offenkundig Aufmerksamkeit erregen. Zeit, dir so viel zu greifen, wie du tragen kannst und dich aus dem Staub zu machen. 600 Geld erhalten. Win-win. Here comes the money. Blink, 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 blink. So, wir haben Waffenlager, Waffen und Rüstung. Chance auf Heilung. 500 XP. 500 ist ein Haufen. Würde ich hier ein Level ab erreichen? Sogar ja, hier mit dem. Ah, nee. Mit keinem, actually. Ähm. Das bleibt hier noch in Zug wegen Heilung, weil hier eine 2 steht. Also ich entscheide mich für rechts oder links. Ähm. Ich mag die Waffen so weit so gut. Also, ich nehme die Information. 500 XP. So, dann haben wir hier die Landstreicher. Ein vernerbter alter Wolf sitzt am Straßenrand von seinen Füßen ist ein Bündel aus Stoff ausgebreitet, um das Kleingeld der Passanten aufzufangen. Klingt, als ob wir hier noch einen rekrutieren können, aber die Chance auf Heilung bräuchte ich natürlich auch. Ach, schwere Entscheidung. Ich will mal gucken, ob der Landstreicher uns joint. Hey du. Ja du. Ich sehe vielleicht nicht mehr viel, aber ich erkenne einen Soldaten, wenn ich ihn sehe. Hilf mir aus der Patsche und ich zeige dir etwas, was mich all die Jahre am Leben gehalten hat. Äh, du hast Besseres verdient. Eine Fähigkeit spenden und ein Talent neu auswürfeln. Ah, okay. Hier kann man seine Fähigkeiten resetten. Äh, donate a card. Okay, also eine Karte geben, die wir nicht brauchen. Auch nicht schlecht. Da können wir eine schlechte Karte, die wir nicht unbedingt spielen können, sollten, was auch immer, raustun. Hm. Was ist denn gar nicht so gut? Spiegel, die Rüstung eines Gegners hatten wir nicht so oft nutzen können bis jetzt. Early ist das ziemlich nice, aber später halt nicht so. Und hier vielleicht ein Rückzug, brauchen wir auch nicht zwei, da würde vielleicht auch schon einer reichen. Not sure about that. Ich mach mal mal Rückzug hier. We roll a card. We roll. Cool. Okay, gucken. Tausche Positionen mit den Verbündeten. Beide Charakter hätten fünf Rüstung. Giftgas Karte fand ich ganz nice. Lege eine beliebe Karte. Ich glaub, die hier ändern wir. Verdopple die Rüstung des aktiven Charakters. Aber ich mach hier die hier. Okay, was kriegen wir stattdessen? In der vorderen Reihe verursacht einmal fünf Schaden. In der hinteren Reihe? Fünfmal ein Schaden. In der hinteren fünf Schaden. Okay. Vielleicht Miasa. Jedes Mal, wenn das... Wenn du eine zusätzliche Karte ziehst, erhält ein zufälliger Gegner ein Poison. Also Kator. Weiß ich gar nicht, ob ich so viel im Deck hab dafür. Füge der Reihe des Ziels neun Schaden. So verfügt der Gegner über Blut. Füge 16 zu. 16 gelähmt. Wann immer dieser Charakter bewegt, er leidet der Schaden in der Höhe des Stapel. Uh. Neun Schaden. Und gelähmt, wenn es Blut. Ich hab ziemlich viel mit Blut. Wir nehmen hier die Breitseite. Ziemlich nice. Und wir gehen ins Gefecht. Edle Waffe. Nehmen wir. Schau mal mal. Chance auf Aufwertung. Edle Waffe. Du siehst, wie sich ein paar Leute in einer einsamen Nebenstraße versammeln. Junge, was für ein schönes Ding, ruft einer von ihnen. Deine Neugier ist geweckt und als du dich näherst, siehst du einen Biber mit einer sehr feinen, eleganten Waffe. Die habe ich gefunden, als ich im Boran in der Stadt unterwegs war. Was meint er? Wie viel kann ich dafür nehmen? Oder sollte ich sie lieber behalten? Wie wäre es mit 500? Oder vielleicht behalten? Eine Karte verderben. Ist wahrscheinlich ohnehin schwott. 500 zum Gucken. Was ist Verderben? Ich habe noch nie eine Karte verdorben. Wir gucken uns das jetzt mal an, was das bedeutet. Eine Karte verderben. Ruin a card. Okay, ruin. Ruin ist ruinier sie. Wann ist die Put wahrscheinlich, ja? Ich ruiniere mal hier so eine Startkarte, die nicht so stark ist. Rüstung auf Charakter ziehen, um Charakter-Waffe zu wechseln. Wähle einen Charakter aus und diese und weitere Vögel. Hellebarde. Okay, füge der Reihe. Ah, hier haben wir das Schwert. Füge der Reihe zwölf Schaden zu. Füge der Gegner über Blut. Füge. Uh, das ist sogar besser. Weil wir ja viel mit diesem Blutung haben. Mama Hellebarde für den, für Little Hamster Dam. Yes, Hamster Dam. Das gefällt mir der Name. Ja, Hamster Dam. Papa Bear. So. Und zwei Ohrhasen. So, fortfahren. Menge, Kreuzung, Entmutig, Truppe erleidet zehn Schaden. Dein Bruder, wir gehen zu zweifeln. In diesem Straßen scheint Tempaya weit entfernt zu sein. Nein, nicht zehn Schaden. Wir gehen zur Kreuzung. Zehn Schaden, hallo? Schmiede, Taverne, Kloster. Uh, Taverne. Anheuern. Heilen wäre auch super, Schmiede. Das wäre alles super. Wir gehen aber Taverne. Ich will unseren Squad auffüllen. Let's go. Drei reichen noch nicht. Ab in die Taverne. Uff, 1600 oder Zoo für 850. Option, Option. Wir schauen uns erst mal den Fetten an für 1600. Level 6 bereits. Wenn dieser Charakter keinen verbindenden Reit erhält, erhält er 15. Okay. Verderben. Verwandle eine Karte in der verdorbene Karte. Das Verderben einer Karte in der Kampagne ist dauerhaft. Eine Karte zu verderben ist temporär. Ansturm. Wenn immer dieser Charakter eine Karte verdirbt, erhält er 5. Not that fan of. Doppelter Schaden, wenn das Ziel überhaupt verfügt. Mit dem Speer wäre ganz okay. Verleihe 2 Ausdauer. Schauen wir uns mal die anderen beiden an. Noch eine Nase. 6 Schaden. 8 Schaden. Mit dem Gift kennen wir. Verdoppel die des aktiven Charakters. Okay. Schwere Rüstung. Und der andere. Warte mal, was hat der überhaupt für eine Fähigkeit? Ah, okay. Immer wenn er eine Karte spielt. Mit Willenskraft. 10 Leben wiederherstellen. Verstanden. Nicht so schlecht. Topsucht. Weniger als 30% Vitalität. Das ist nicht so nice. Nachtschaden. Verleiht Rüstung. Überträgt das Poison. Ich nehme hier mal die fette Maus. Aber wie kann der Karten verderben? Das checke ich nicht. Gray the Hammer. Und spielt ein Speer. Wir finden es raus. I like the Maus. Look at this. Feivel. Feivel. Anheuern. Taverne verlassen. Bling, 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 bling. Uff. It's boss fight again. Gray. Okay, betreten. Uuuuh. Du hörst wie die grausamen Zacken eines Fliegels über den steinerten Boden scharren. Eine gewaltige und starke, hüllte Gestalt tritt in deinen Weg. Du erkennst diesen Ender. Er ist der Hauptmann der Trommelwache. Hauptmann der Trommelwache. Let's go. Uff. Uff. Vier Papabären, einer schwer gerüstet und zwei Hamsterdams. Jetzt wollen sie es aber wissen. Jetzt wollen sie es aber wissern. Uff. Du hülltes Dwark. Alles klar. Uff. 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 Uf. Uff. 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 konfrontationskurs gleich mal verdoppeln ja das poison schon geben vielleicht zwei ausdauer für jeden status das kann man schenken das dass das poison auch nur gegen ihn gegangen ist das haben die alle gegen meinen hamster damm alle wollen ihn barren ich verleihe sechs rüstungen einer befindet sich der charakter angrenzen zu charakteren derselben so weit so gut dann den hier die fette rüstung geben von dem nachbarn der hier spielt dann die restlichen karten weil der gepäuse immer okay mal gucken wollen wir überhaupt erst killen die vorderreihe oder die hintere reihe 70 die hintere okay er ursacht waffenschaden bloß acht schön das poison geben klingt unbeendet uff uff hit hit gegner getauscht so weit so gut hier unser feible die maus ähm spielt immer allein und kriegt dann extra rüstung äh gut so weit so sechs auf alles sechs auf alles 18 auf alles okay hm aha wap du du duu wap du duu Und round our seat. Noch ein Heep. Geknirrs. Boom, boom, boom. Autsch, Autsch, Autsch. Soweit, so gut. Soweit, so gut. Wieder beide auf den Hamster. Doppelter Schein, wenn das Ziel über verfügt. So, der hat 15. Den könnten wir eigentlich die Runde jetzt K.O. haben, würde ich mal sagen. Okay, der ist tot. Die Infinitiv spiegelt die Rüstung des Gegners wieder. Könnte ich hier den 32 Rüstung geben? Ist halt die Frage, ob wir das wollen. Eigentlich ganz gut. Ja, machen wir mal. Extra Rüstung. Oh, so viel Blut. So viel Blut. Okay, jetzt auf den Panda hier unten. Der macht 7 Schaden. Blutige Kuala. Jetzt, jetzt los. Die neuen Kuala. Erusagt, 5 Schaden, leider eins schon. Blutige Kuala. geht er in der rüstung. so dann noch unseren hamster. der hat viel blut. da müssen wir unbedingt drauf machen. und das hätten wir machen sollen. sehe ich jetzt erst. ich bin dämlich. so hier bin mal 8 schaden. plus 5. nein machen wir es so. dann stirbt der wenigstens noch. ouch, ouch, blut, blut, blut. aber warum? alle paar barbeeren. alle kriegen schaden. wer von denen hat konter eigentlich? warum kriege ich so viel schaden zurück? ein hamster däm verliert. ich glaube das blut geht da sogar durch. verleihe finte. ja. ja, wir haben das irgendwie da. ja. ba ba. 6 schaden befinden sich aktiv in der vorderen reihe und 4 schaden oh nein hamsterdam verliert leben weil blut gegen rüstung durch geht ich werde wahrscheinlich verlieren das gibt es nicht ach du scheisse ich kann nix dagegen machen das so bitter ich habe hier irgendwas um blut zu heilen alle wieder auf den hamster was habt ihr gegnerin nur einer kleines das ist Das war's für heute. Du 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 du. Der stirbt sowieso. 200 Rüstung, save it. ich könnte in die hintere reihe bewegen er hat willenskraft erhält er 10 vitalität so könnte ich ihn retten ich muss einfach nur willenskarten spielen das machen wir jetzt auch jetzt wo hamster dem ist gesichert ist jetzt mit feivel dem mauswanderer auf einer länge trüppel panda bär drückt vor ok 9 hier sehr gut so kann er leben entscheidet euch zu leben blum 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 angrenzenden characters in der reihe könnte hamster dem noch nur bewegen aber er hat eigentlich genug leben aber that's the way to merken sich könnte die karte noch spielen dann gibt es noch dann wird es noch poisen geben papa bär kriegen damage 3x3 3x3 null problemo sie leveln ab 70 schaden auf dem schaden auf den shit shit oh shit 70 ist ein haufen mal zwei rüstung ok neun schaden auf den vorsicht und nochmal hier nochmal so nochmal hier 8 schaden für jede spitze verleiht zwei ausdauer für jeden status-effekt, das geht mir auch ums hier jetzt warum brauche ich die ausdauer? ich habe keine karten mehr der haut jetzt ordentlich schaden rein, sorry hamster, mausi, zwei uhr hasen, du kriegst jetzt ordentlich schaden aber du wirst leben you will survive, uff das poison, das blut meine ich, es tut so weh der stirbt sowieso, geh mal auf den oberen nur bei decke poison, wenn man hier benutzt jetzt stirbt der hier, shit, der kann nichts machen ouch fast 500 rüstung gar nicht mehr an, aber er stirbt weil er verblutet das ist so bitter das ist so bitter da mal bom klonk 12 Schaden, der ist tot. Oh shit, oh shit. Hallah. Er hat noch 6, dann 5. Einzug. Ich muss den jetzt killen, sonst ist meiner RIP. Oh shit. Boah, Alter. Was ein hin und her. Holy shit. So viele Papa Bärs auf einmal. JJ. Erhalte eine Karte. Hier ist es, wenn du dich bewegst. Nein, wir bewegen uns nicht. Spiegel, nein. Füge der gegnerischen Truppe viel Schaden zu. Okay, nehmen wir die hier. Ist ganz okay, doch nicht. So, Rüstung, mal gucken. Verleiht zu Beginn jeder Runde Vorahnung. Sofern du keine besitzt. Das nächste Mal, dass dieser Charakter durch einen Angriff Vitalität verliert, erhält er 20 Rüstung und verringert um 1. Ist gar nicht schlecht. Was haben wir hier? Bei Leitzubringen, das Kampf ist 12. Soldaten. Erbstück. Was haben die denn hier alle? Mittlerer Rüstung ist 14. 30 mit 2. Standhaft. Zu Beginn seiner Runde hält dieser Charakter. Okay. Ähm. Und hier. Ähm. Zu Beginn seiner Runde hält dieser Charakter 8 Rüstung. 12. Ja, die ist noch besser. Nice. Und der Unterschied zwischen dem. Jetzt. Ne. So weit, so gut. Squad. Move out. Weiter. Sieg. Ein Charakter noch in die Stufe auf. Oh Gott, hier müssen die sowas von dringend heilen. Heilen. So, der Kain, der hier. Ausdauer und Valencegraf. Schauen wir mal, was er bekommt. Wenn dieser Charakter zu Beginn seiner Runde mehr als 75% seiner Vitalität besitzt, erhält er einen Ausdauer. Das ist gut, weil ich will, dass die möglichst immer Leben haben. Weniger als 20% erhält er. Ne, das will ich nicht. Wenn immer dieser Charakter einen Gegner mit einem Angriff tötet, wird seine maximale Vitalität um 3 erhöht. Das ist ziemlich nice. Yes, man. Blutdurstig. Okay, muss ich mir merken, welcher das ist. Mit dem Beil. Mit dem Beil. So, wir nehmen hier sehr wahrscheinlich die Heilung. Aber wir machen jetzt hier den Cut für diesen Part. Holy shit, was ein abgefahrener Kampf. Wir haben uns gut geschlagen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir, indem ihr den Like-Button smasht. Subscribe meinen YouTube-Kanal für noch mehr Karten-Game-Content, wie zum Beispiel hier Banners of Ruin. Aber ich mache auch noch andere Kartenspiele. Schaut einfach da mal rein, wenn ihr Interesse habt. Bis dahin. Habt noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Das war Darwok. Meistert die Karten. Bye, bye. 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 Bis zum nächsten Mal.